Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jazzrock TV. Wie heute mit Steve Lukather im Interview. Richtig. Haben wir getroffen, Steve Lukather hier in Köln, in der Live Music Hall. Hat ein spitzenmäßiges Konzert abgeliefert, muss man sagen. Und wir haben ihn am Mittag getroffen, hat sich ein bisschen Zeit für uns genommen. Und ein bisschen erzählt über alles Mögliche, was ihn gedrückt. Über sein Leben, über Tod und Lehrer und Kinder und also über seine Band natürlich. Und ich denke, wir werden jetzt mal in Interview Teil 1 hinein. Steve Lukather mit Georg. Du bist wieder in Deutschland. Ich weiß, ich liebe Deutschland. Deutschland hat mir sehr gut gemacht. Ich bin selbst partei-Germain. Ja? Auf meinem Vater. Okay. Mein Großvater nur Deutsch sprach Deutsch. Als ich ein kleiner Junge. Also das ist, was dich immer an der Zeit schreibt? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe immer eine gute Verbindung mit Deutschland und Europa in generell. Aber Deutschland ist auch ein sehr speziell Ort. Ja. Und hier in Cologne, ich habe dich ein paar Mal gesehen, auch hier in dieser Venue. Die Leute sind immer so excited. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich in der beste physische Form, die ich in. Ich habe mich wirklich in der Lage geschlossen. Ich habe mich zu essen, zu trinken, zu trinken, zu fokussiert und zu fokussiert. Und ich habe mich sehr re-fokussiert. Ich habe all die verrückte Rock'n'Rolle Sachen, als ich war jung. Und dann ein Tag, ich habe mich erwartet und ich habe gesagt, das ist nicht funktioniert für mich. Ich fühle mich gut. 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 Das war ein paar Jahre später. Ich habe alles aus. Ich habe mich wieder zurück. Ich habe mich wieder zurückgezogen. Ich habe mich in mein Leben, persönlich und professionell. Und ich bin in eine wirklich gute Headspace. Ich habe einen guten Rekord. All's Well to Ends Well. Wir haben wirklich gut gemacht. Ich habe eine gute Band. Mein Leben ist in der Calm. Ich bin 54 Jahre alt ein paar Wochen. Und ich habe mich wirklich gesehen. Ich denke, wo die letzten 35 Jahre in meinem Leben ging? Ich habe mich wirklich in einem Projekt gemacht. Ich habe viele schöne Geschichte. Ich bin so glücklich. Es ist eine schöne Jahre lang. Ich bin einfach in einem Band. Ich habe die Toto-Ute, ich habe das Solo-Ute-Ute. Ich habe mich auch wirklich wirklich und weirdoes pluggen. Mit den ganzengremiensten Fahrzeugen. All den Vlogben verwendet ich habe. Ich habe zuerst einen langen Fest, ich habe da soberen schon mal dabei. Ich habe mich so viele vorherrschte. Ich habe da keine Sachen gemacht. Weil ich nicht mehr so achten, menschen. Vielleicht gibt es auf das Interview. Ich habe immer noch ein paar Projekte, die du jetzt machst. Die Tour ist jetzt die letzte Reihe. Ja, wir haben hier schon seit einem Jahr. Ich freue mich. Es hat die Schelf-Life. Die Rekord hat es gut gemacht. Es hat gute Reviews. Das ist interessant. Meine Karriere hat nie immer mit guten Reviews. Ich denke, nach 35 Jahren in der Arbeit, die Leute sagen, wir werden ihn alleine verlassen. Er hat das Recht gewonnen. Selbst wenn du die Musik nicht möchtest, er ist immer noch da drin. Es ist lustig. Du wirst älter und die Leute dich anders behandeln. Ich bin immer noch der 17 Jahre alt. Ich war immer noch mit meinen Eltern. Ich bin einfach so glücklich, um eine Karriere zu machen. Okay. Und mit dem aktuellen Projekten, wir haben gerade die letzte Reihe von deinem Keyboard-Player, Steve Weingart. Steve Weingart und Rene Jones. Ja, ich habe ihn gemacht. Mike Miller ist der andere Guitart. Er ist brillant. Simon Phillips hat es produziert. Es ist sehr incestuell. Jeder kennt ihn. Wir alle arbeiten auf dem anderen. Es ist ein brillant Rekord. Ich denke, du solltest ihnen eine Interview geben. Sie deserve zu sein. Ja, ich habe es einfach zwei Tage vorhin. Legally, ich hoffe. Natürlich. Nein, nein, nein. Wir werden es mit unserer Show review. Ich denke, du mag es. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es wirklich gefallen. Ja, ja. Steve ist so ein brillant Musiker. Rene ist großartig. Sie war eine secret Weapon. Ich wusste nicht, sie spielen. Ja, ich habe es. Ich habe es gesehen. Ich habe ihn noch einen Bass. Ich habe ihn gefragt, wer du denkst, wir sollen sie bekommen? Er ist lustig. Wer soll sie bekommen? Er ist lustig. Er ist gut. Sie singen. Sie hat eine Groove zu sein. Sie sind froh, sie sind froh, sie sind froh. Ich konnte nicht glauben, wenn ich es auf der Internet habe, wie sie zur Band kam. Ja, ich wusste immer, aber ich wusste nicht, dass sie spielen können. Und sie kam, sie hat es geschafft. Und ich dachte, du bist in. Und sie singt gut. Sie ist großartig. Sie ist großartig. Sie ist großartig. Sie lernt die Musik. Sie ist wirklich, sie ist in der Kloset. Die erste Mal, sie war auf der Tour, war dieser. Sie ist jetzt ein altes Pro. aber ich wusste nicht. Es ist ein anderes Projekt, wo du mit Derek Sherinian Ich denke, das ist der größte Lied. Das war ein tolles Lied. Ich habe immer Spaß mit Derek und Simon arbeiten. Sie schreiben speziell für mich. Sie sagen, wir haben einen für dich geschrieben. Ich bekomme die Musik und ich denke, okay, ich muss meine Musik-Musik-Hat wieder auf. Derik schreibt manchmal sehr komplette Dinge. Aber es ist auch sehr melodisch. Es ist nicht nur wie eine Math-Homework. Es ist einfach für die Sache für die Sache von hart zu sein. Und Simon ist sehr gut bei keeping das in line. So ich kam, und ich habe einen Amp. Ich habe einen Amp. Doug Altridge hat mir einen Amp. Er hat mir einen Amp. Er ist die Gitarre von Whitesnake. Er hat gesagt, ja, sicher, er ist es. Aber wir alle sounden anders, obwohl es das gleiche gear ist. Ich bringe meine Gitarre und wir haben es in der Nacht. Er hat mir gesagt, er hat mir etwas zu hören, so ich konnte etwas unter meinen Fingern. weil die Gitarre sind so. Aber ich freue mich mit Dirk er ist wirklich ein brillant Artist. Das Projekt ist eher in dieser instrumental und auch in Ihren release. Ich habe immer noch zwei. Leute sagen, warum machen Sie eine ganze Rekorde so? Ich sage, weil andere Leute es besser machen. Ich freue mich ein paar pieces wie das. Du bist sehr nett, aber mit meinem Spiel und so, ich versuche ein bisschen zu simplifieren. Wenn ich viel zu viel mein Default war, zu viel zu viel zu viel was am I really trying to say here cuz it's so easy to just plug in I mean it's been there for years I said yeah okay fine it works yeah I know what it does but I said let's take all this away and you know throw take the mask off and this is who I really am I think this is what the people like because then it's back to the roots it's just music and yeah man I can't you know this is wrong I mean there's so many incredible technique technical guitar players now I'm like I took myself out of the competition I go these guys like young and they have a lot to prove and they do all that the pyrotechnics that you know okay we all guitar players need to have chops and stuff like that but then there's just some stuff like a three-year-old kid can do this now you know it's like it's like a almost like a magic trick you know so I'm just trying to get a little bit more musical I mean there's nothing wrong with that I'm a fan of it too I mean I just think there's guys that do it better than me so let me let me go to my strength as opposed to try to keep up with the young kids you know what I mean yeah yeah but when because I think a lot of people are knocking on your door at your door you want to do something with us you know surprisingly so I mean I'm because there's so many guys better than me do these things Joe Satriani and Steve Vai just asked me to join them to do some dates done down under you know G3 which I'm like God those they're very dear friends of mine I'm going guys do you really think I'm the right guy here I don't want people throwing shit at me and stuff you know Toto sucks or whatever you know it's like you know you're not shred I know I'm not you know I mean I know that okay you know but I think they just wanted we're really great friends and and you know I've never really been down that part of the world much so you know it'll be fun for me to do that and I'm just gonna do my thing much like what you'll see tonight is what I'm gonna bring you know I sing and I play those guys are masters at what they do and I'm not you know they're you know I love them to death you know but I can't keep up and I mean geez they're just okay you know I'll just do my thing you know try to be honest that's what the people I think like that that's what you're saying it's about the music so it's not about technique it's it's the music and that's it's like getting in the ring with Mike Tyson I know I'm gonna get my ass kicked what's the point you know I mean so I'm just gonna show up and go hey how's it going I hope you like what I'm doing peace you know but there was a couple of years ago you did a great record with Larry Cole I did yeah that was really a brilliant album thanks yeah I just spoke to Larry remember there was a story that you told that it's what is a turning point for you with your guitar playing so it was kind of new learning learning again from what I was getting you know every night Larry would you know I go an hour before the show you know I'd be like okay you know what what do you want to do you know what's my lesson for the day Larry and he'd go you know I was listening to you last night he goes there you have a couple more options here in this you know in the key B you're both and I just I was getting paid to get guitar lessons from Larry Carlton every night which is pretty cool job and you know he's been one of my dear friends and heroes since I was like 17 years old you know I used to go hang out at his house you know they didn't play poker 18 I was 18 I think when I met Larry he was you know still a hero of mine I spoke to him right before I left we lost a dear friend Chris Kent who was the bass player on that tour he died of cancer and he's only 44 brutal you know it's such a sweet man you know with kids you just come you know I don't know why assholes live forever but nice people die young I don't understand that I think there's a lot of people online that deserve to go before that guy but you know I guess it all makes sense in the big picture when you get there you'll figure it out and going oh guys it was I think we're all here for a lesson of some sort or another you know that we get to come back several times and live many different lives poor rich you know happy sad whatever lots of family no family you know you gotta play all the parts before you can move up to the spiritual level where you don't have to do that anymore I know it sounds kind of like mystical but as you get older life you start thinking about these things because I'm closer to 60 than I am 20 yeah I got four kids two generations I'm like I'm single guy again you know sadly got divorced again you know but we're still really good friends you know which is I'm very thankful for I love her to death which is hard I'm never home eight months a year on the road I mean how do you you know yeah yeah when you're there well mind we're there so in the reihe steht and fruers hand sein sollte gewagt gewagt siev aber er hat natürlich nicht nur mit larry carlton zusammengespielt sondern ich weiß nicht wenn man das ausdrücken würde so eine diskographie dann wenn man so wahrscheinlich selber morgen fertig ich habe ich habe ja gedacht ich gucke mal in meinen platten was ich so finde wo er mitgespielt hat ich konnte gar nicht alles mitbringen ja ich habe so ein paar gefunden hier das ist halt so ein bisschen pop ein bisschen alte bots gags platten ja mit bots gags ging es ja los mit toto und so oder ein bisschen angefreundet wilson phillips das ist schon hier ein bisschen rock disco kram ja die aber die kommt mir bekannt vor ja das ist seine erste frau frau luke heißt aber nicht frau luke heißt Marie Marie Curie jetzt bin ich gar nicht sicher ob es Marie oder Cherry war Cherry Marie Curie ich weiß nicht ausweiten ja ich kann mir vorstellen dass er auf die dame da so das ist ja so 80s style ja 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 das ist so typische 80er jahre sweetness so musste man aussehen so wie hieß die maria magdalena Sandra ne ach so ja aber da gab es aber ein kind aus der beziehung ja genau trevor ist sein sohn hatte auch ein bisschen was zu erzählt im interview was seine kinder so machen trevor und der jüngste ja trevor ist auch getarrist geworden ja und der jüngste ist scheinbar auch schon begeistert dahin ja 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 Er ist jetzt in der Band mit Jack Bladeskid, Colin. Und sie machen jetzt ein Rekord. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich bin wirklich stolz von ihm. Er ist in seinem Spiel. Ja. Ich liebe ihn. Ich bin wirklich stolz von ihm. Und meine älterin. Sie lebt mehr straight, aber sie ist sehr gut. Und ich habe einen 4-jährigen und einen neuen Sohn, Bode. Oh, ja. Er ist obsessed mit der Gitarre. Really? Er hat die kleine Walker-Gitarre, wo man sich aufhören kann. Und ich habe meine kleine Gitarre. Und ich practice jeden Morgen. Und wenn ich nach Hause bin, dann habe ich die Kinder. Und er läuft und ich spiele die Gitarre. Und er ist immer auf der Langbar. Und er kommt einfach auf der Langbar. Und er kommt einfach so. Und wenn ich ihn spiele, ich mache kleine Songs und ich singe. Er ist einfach so. Er ist eine alte Gitarre. Er ist eine alte Gitarre. Er ist einer von uns, nicht? Der nächste Generation. Ja, der dritte Generation. Und hast du dein Sohn教iert? Nicht viel. So, er hat sich gesagt, nein, 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 Daddy. Nein, du hast die Familie vibrato. Er hat eine große Gefühl. Er hat eine sehr gute, das Chordal ist wirklich, sehr unigene. Er ist, seine Voisse sind ähnlich wie jemand, ich habe schon gesehen. Er ist hier. Ich habe das, dass er lernen, und er sagt, ich kann nicht sein, Dad. Ich will nicht in das, ich will nicht in das, aber es gibt die Einzelne. Er ist ein Similarität. Er hört mich an, aber er hat seine eigene Sache. Er hat sich an, ich habe ihn. Ich habe ihn mit dem Studium und habe ihn mit dem Studium Ich wollte das machen. See, da ist kein Studium mehr. Er ist eine Studium Musiker. Es ist ein langes Traum. Es war immer ein langes Traum zu gehen mit den Katzen, mit den Guys. Aber jetzt ist es ein unmögliches Traum, weil es nicht so viel Arbeit ist. Ja. Die Leute machen anbremst, die alles auf die Gründe, und die Auto-tune es, sie fixen, sie editieren, sie editieren, sie editieren. Es gibt Leute, die Leute nicht wie eine ganze Sache von einem Tag zu einem Tag zu einem Tag, weil sie nicht mehr haben. Dann spielen sie ein Versuch, und sie sagen, das ist gut, okay, move auf. Aber ich habe noch nicht gespielt. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die Leute, wie du, wie du, wie du, Es ist so großartig, zu sehen, und ich denke, die Leute werden getrennt. Die Leute werden verletzt, meine Mutter, sie verletzt, aber sie würde sagen, Steven, haben sie das auf der Computer fixiert? Sie würde es verstehen, obwohl sie nicht verstehen. Manchmal, die Leute zu gut sein, weil es zu gut sein, weil es zu gut sein. Wenn man live wird, wird manchmal ein bisschen ausgeliefert. Manchmal wird es nicht alle perfekt. Especially, wenn man improvise. Manchmal geht es etwas, wenn man ich sehe, Carleton und diese Leute, meine Heros, und sie würde sagen, Gott, sie sind human. Ich sehe, wenn ich jemanden verletzt, wenn ich jemanden verletzt, ich sage, bin ich da. Ich bin da. Und es passen so schnell, aber man denkt, dass jeder sich fixiert. Und jetzt, mit YouTube, es wird wirklich brutal sein, weil sie sagen, 1 Minute und 48 Sekunden ist das Leute, das ist nicht fair. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, bei dir, es gibt eine Gitar-Gitar-Player, die du wirklich denkst, oh, dieser ist ein great, kann man etwas lernen. Es sind sehr sehr, 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 Leute, die sind sehr, sehr, sehr. Und dann meine eigenen Leute, die Petruchis, Steve Morse, Joe und Steve, die Raze the bar up to that level. And then on the other side, Larry and Robin Ford and Mike Landau, my childhood friend, who's brilliant. Everywhere you look, there's Jeff Beck and you just kind of look around, there's all these amazing guitar players going, shit, man. These guys are all so good. I've been fooling them for a long time, thank you. Don't worry about that. No, I'm a fan too. I really am a fan as well. I hear Greatness, I go, there it is. I'm not like, oh, you know. That's a young man's game when you're 18 years old looking around going, hmm, I'm better than that guy. And now I'm like, if I hear somebody great, Joe Bonamassa, one of my best friends now, what a brilliant guitar player he is. He's worked really hard his whole life and I just love seeing somebody that good and that sweet get the golden ring. He deserves all the accolades. I really deeply respect him and love him as a person too. He's a really good friend. We talked about his, his, now the, the Country Community album, the second one, we talked about this in our, one of our episodes because it's a great album. I love all those, I've worked with all those guys. Yeah, with Glenn Hughes, you also had some work with. Jason and I go way back to Paul Rogers, I've known him since he was a kid, you know. We got up to no good, we used to be two nutty guys, we were on the road with Paul Rogers, we were just out of our dream, man. It was good fun, but I look back on it now like a kid looks back at his high school years and goes, oh God, remember that silly shit we did? You gotta have stories in life, you know, if you never did anything, you got nothing to tell when you get old, you go, I remember the time we did this, oh God, it's great fun to look back, but you know, like I said, eventually you gotta go, okay, that was enough of that, you know what I mean? It's time to grow up there, young man. You're not a kid anymore. So now, this is still the tour with the latest album? Yeah. And it's still going on? Yeah. More dates coming? Yeah, well you know, I'm gonna start another album in February. Okay, that would be my next question, so what can we expect? Well, you know, I haven't written a note yet. But I'm gonna start it. I work well under pressure. If I have deadlines, I work to deadlines. Okay. I'll get it done. Okay, the deadline is set? Well yeah, I start, I'm gonna hopefully, I'm gonna do it, I'm doing a tour with this orchestra thing that I'm, you know, in January, which I'm doing is an interesting thing. It's also financially viable for me to do this. Mm-hmm. Fifty-four and divorced, you know, sometimes you do things. and still kids to grow up. Yeah, I got two more kids to put through school. Sometimes I'm, you know, but it's a fun thing, it's like a classic rock thing with, you know, Ian Gillen from Deep Purple and me, guys like that. Gotta play a few hits and thank you for everybody in the orchestra. Yeah, it's like, you know, it's painless for me. I just show up with a guitar and sing a couple tunes and play Smoke on the Water with Ian at the end, which is kind of a kick because I was playing it when I was 14, you know. Yeah, and I love those guys, I mean really, I do. and so, and then I go back February, March, six weeks, February and two weeks into March, I'm gonna be working on a new album and then I'm gonna go down and do some, do a date with Joe and Steve in Australia, come back, finish the record, then I start rehearsals with Toto and then I'm doing a special project I can't mention right now. Okay. It's really like a dream project for the first half of the summer and then Toto's gonna jump on for the rest of the year. My album will get released in the fall, then I'll start a tour in 2013 and Toto's a summertime thing and then my band will go in and around that soon. Yeah. And other weird projects, I'm gonna do a thing with Bill Evans and Keith Carlock, Will Lee, Steve Weingart, my keyboard player and we do this thing called Toxic Monkey we play in New York City. We play in New York City at the Blue Note for a week and we do it just like a yearly thing. Okay, we will line up with that so then we will be in New York at that time. Just a jam band, you know, it's a great way to spend a week in New York and hang and play and make a few bucks, have a laugh, no pressure. That's the things that make it. I've always been very blessed in being able to do interesting, weird little one-off projects like this with world-class musicians. Yeah. I mean, you can't sound bad when you have a band like that. When your rhythm section is in a Keith Carlock and Will Lee, you're like, okay, you know that's gonna groove, you know what I mean? Yeah. And I just fell in love with Keith like last, when we did it last year. I said, man, I bought, you know, I grew up with Jeff Beccaro, so like drums, drummers are like a real thing for me, Simon Phillips, and you know, Steve Gadd, and Vinnie Caliuta, and all the cats that I grew up, you know, just playing with every day. Yeah. And, you know, to see somebody new come up, I said, I gotta play with this guy. And I know, I know why everybody goes, that whoo, you know, Jim Keltner, and all the cats, look at this guy. So, it's exciting. You know what, I'm still like a kid inside, you know, I still get excited. People still show up, you know what's weird, it's like we just did this Toto DVD, and you look out in the audience, like 10,000 people, they're all people under 30. I'm like, shouldn't there be like a sea of white haired people out there, you know, and it's weird that, you know, there's a lot of long time fans, but there's a lot of, their kids are coming to the shows. Yeah. And you know, we don't have that stigma, because like, you know, the journalists used to beat us up, oh, you're not cool, you know, Toto, the kids these days, they don't care what's cool, they make, you know, the radio stations don't have that power, the media doesn't even have that power. If kids get into something, they get into it, they turn their friends onto it, and if it's, especially if it's not something that they hear on the radio all the time, then all of a sudden, it becomes like cool to like, well, I was listening to my parents' records, and this, these guys are pretty good. How come people don't like these guys, you know? Yeah. So that stigma goes away, and it's been, you know, you hang in there long enough, you know, I remember, you know, some of the, you know, the guys that I looked up to as a kid, you know, they say, look, you hang in there long enough, you get 35 years in this shit, and all of a sudden, people change their whole, 35 was like, man, a couple of my own friends, my own peers. It happens, you know, all of a sudden, you turn this age, and you're still out there doing it, and people look at you in a different way, like you're a survivor. Yeah. You know, it's like, they can't just say, I was just this flash in the pan guy, that I had my moment, and I'm still trying to ride it out, and like, I'm playing to 200 people, and then 50 people, and then no people, you know? Yeah. And I mean, I've still managed to, you know, because I can do the Toto stuff in the big arenas and play the hits, and then I can come to what I want to do here in a 1200 seat club, you know? Yeah. And people are showing up, and I don't have to worry about it, it's my whole motto, I have a hit record or something like that. I can, within the boundaries of commercial taste, but I can also play some weird Herbie Hancock shit, or I can stretch out and blow, do some more fusion-y stuff, and then go back to a more rock-pop thing, you know, that has melodies. Yeah. I like it all. Why can't you do it all? Why can't you listen to Slipknot and Miles Davis in the same afternoon? I mean, I like all of it. Yeah. And European people have always been like that. The Americans are just catching on. Yeah, really? Yeah, I think so. Because a lot of kids, you know, they grow up like, you know, I'm only into metal. Well, what kind of metal? Because there's like 25 sub-genres, you know? Or I'm only into jazz, that's not real jazz. I'm only into funk, but this kind of funk, or old school 70s, or new school, you know, drum machine, drum bass, and shit. It's just music. Yeah, Mark Georg, you're a huge Lou Cathar fan, right? Yeah. Well, as you said, you can't get any of them with you. What are your highlights? Also, wir haben ja eingangs schon gespielt, einen Titel von der, von seiner Soloplatte Candyman. Und da muss ich sagen, das ist für mich so ein Highlight. Also das ist, äh, Spitzenbesetzung, tolle Titel. Ähm, Simon Phillips, John Pena, äh, David Garfield. also, ähm, da würde ich schon sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich die hier. Da gibt's auch eine schöne DVD zu, von ohne Filter. Da spielen die auch alle mit? Ja, da sind die alle mit da rauf. Ähm, für mich ist das auch so DVD-mäßig, ich meine, es gibt Toto DVDs und alte 80er Sachen und, äh, alles mögliche. Ja, wobei die ist sehr kurios hier, die, äh, von den Magano Sessions. Ja, Kuriositäten. Jeff Beckwith, Carlos Fontana und Steve Lukather. Äh, man stellt sich da die große Gitarren-Session vor, die spielen nacheinander. Ist lustig, ja, ist lustig. Ja, und, äh, ähm, ist, äh, 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 mal ein lausig produziertes Konzertvideo, aber... Wahrscheinlich, wenn ihr das heute seht, im Video hat er, im Interview hat er gesagt, hier, ich bin in der Bestform meines Lebens, wahrscheinlich würde er sagen, naja, zu der Zeit war ich nicht ein Bestformer. Das ist eher kurios, aber auch ganz interessant. Also, das hier ohne Filter. Ja, und was natürlich auch bei mir ganz oben rangiert, ist hier, das ist so eine Art, das ist eine Zeit lang, glaube ich, so als Bootleg oder so im Internet kursiert, eine Platte, eine Live-Aufzeichnung, El Grupo, Mörderband, Steve Weingart, haben wir schon hier auf der aktuellen Platte auch wieder mit dabei, Joe Herrera, Steve Bucazar und Oscar Cartaglia, das ist eine Mörder-Live-Band, die hier an verschiedenen Locations, ich glaube, teilweise auch in Deutschland aufgenommen, in Krefeld, fünf Titel, die wirklich tierisch abgehen und das ist auch was, was jetzt für den geneigten Jazz-Rock Zuhörer eher in Frage kommt. Ja, das ist zum Beispiel eher mein Ding. Also, du sagtest ja schon, da ist hier sowas hier, die Pop-Sachen sind nicht so deins, aber hier habe ich dich ja eben schon mit ein bisschen angesteckt. Ja, lass mich ein bisschen angestecken, die werde ich mir, glaube ich, irgendwie besorgen. und hier mit Edgar Winter die Nummer, gibt es auch eine DVD dazu, das ist natürlich auch irgendwie cool. Ja, das ist auch cool. Wer auf Edgar Winter steht, der ist ja schon etwas spezieller. Ich meine, der Titel ist schon gut hier, ein Odd-Couple-Life, ein seltsames Paar irgendwie live. Ja, 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 ja. Und, ähm, aber das, ähm, das ist auch stark, muss man sagen. Also, das ist so eine Mischung aus dem... Hat Edgar eigentlich jemals mit Johnny mal irgendwie, mit seinem Bruder? Ja, doch, hat er, ähm, ich habe ihn ja in den Los Angeles nicht getroffen, aber ich habe so einem Interview beigewohnt, äh, das war ganz nett, im Grammy-Museum, und da haben sie ihn interviewt und da haben sie natürlich auch diese Frage gestellt, so, was ist denn mit deinem Bruder und so, und da, die haben schon zusammen Musik gemacht und, äh, ich glaube, sie machen auch noch so, aber ich glaube, äh, Edgar ist da eher so, ja, der spielt dann mit und so und lässt dann, äh, Johnny seinen Kram machen. Johnny seine Blue Slicks abfrühstücken. Ja, genial. Also, das hier, ähm, so ein Live-Mitschnitt ist auch schon, was her, auch hier wieder, äh, aus Den Haag, glaube ich, ne? Vom North Sea Jazz Festival. Ja. Ähm, also, das kann man auch empfehlen, aber du fragtest ja meine Lieblinge, da muss ich ganz klar sagen, Candyman. Candyman. El Grupo und die DVD. Das hättest du von der neuen? Gefällt mir auch gut. Gefällt mir besser als die, äh, davor. Ja. Gefällt mir besser als die davor und, äh, da merkt man auch, dass er gut drauf ist im Moment. Finde ich. Ne? Also. Ja, super. Und deswegen würde ich sagen, hören wir nochmal ins Interview rein, der hat uns noch ein bisschen was erzählt, auch wie man sich als Musiker so fühlt, wenn man auf der Bühne steht und einem tausend Handys entgegengestreckt werden und man weiß, äh, da kommt der nächste Typ Clip. Ja, genau. Und mein größter Patzer heute Abend wird demnächst im Internet zu sehen sein. Hm, viel Spaß damit. Well, you know, it gets a little tiresome when everybody's sticking the fucking camera in your face. You know what I mean? You know, when you're sitting there trying to improvise and you look up and everybody's going like this, you know, you get very intimidated to like, oh, you mean like, this is gonna be on the TV? Like, I mean, I can't sit and noodle and like, try to find, you know, if you're jamming in a little TV Club like the Baked Potato down the street from my house, you know, and you're just playing and you're just playing with your friends and there's only like a hundred people in this joint and they know you're jamming. But, you know, people film this and they put it up on the Internet, maybe the sound quality because it's only a little microphone and they're judging your tone or like, oh, you made a mistake there or like, oh, I missed the cue to go back to the head or whatever, you know, it was because I was in my mom and I was trying to find new notes. That's why we played those places was to be able to make mistakes and fall down and stretch out. That's how you grow as a musician. You push yourself to boundaries past the boundaries that you normally have. But now everything is like, you know, I've had guys follow me in the bathroom. I'm taking a leak with a fucking camera on me. And like, and I'm not even that famous. It's like, come on, man. It's not TMZ worthy here, you know? I don't get it. You know, is there no, it's funny, last night opening night I noticed there was less cameras. I think people are bored with it now. All this, like, you go to a show, why did you come if you're just going to look at it through your fucking screen, you know? And stay home. I'll do a DVD and you can dig it in your living room. Yeah. But to come to a show like you're filming like a movie and then you put it up on the Facebook and it's like, check out last night and then you press on it's like, the camera's going like this. You came to the show and wasted your time to do that just to point out a flaw? Oh, look, you made a mistake or whatever. You're going to see all these people looking for the camera to screen and stuff. Yeah, it's like likes, dislikes. It's like, come on. I got a YouTube channel. I hired someone to go through and find me the good stuff. You know, I don't mind a few warts and all that because it's real but there's some good stuff that you put up. but you know what? You really got to get rid of the comments and the likes. It's like, make up your own mind. If you think it sucks, then leave, you know? Yeah. You don't have to beat up the people because most artists are sensitive people. That's the sensitivity that comes out in their music and nobody wants to wake up in the morning and go, Reed, you suck. You know what I mean? It's like, okay, great, okay, thanks. How would you like me to follow you around with a camera and find everything every time you fall down the stairs like, ah, look at you, that's funny. Let's put that up so millions of people can laugh at you. It's very intimidating. I was in therapy for it for a while because I took it really personally. Shit I did 25 years ago where a drunken jam was never meant to be. Yeah, okay, so it wasn't perfect. It was a little loose and whatever, but now people are judging it as if it's, you know, I'm supposed to be 110% like 24 hours a day, you know? Yeah. Now what's happening is people won't get up and jam anymore. Yeah. In the old days, you just show up to somebody's gig and they go, come on, play the last tune. Okay. Now it's like, oh, I don't have my guitar, I don't have my amp, I don't have my, oh no, I don't really know it, I don't really, I don't want to be on YouTube and shit. So these people are killing those moments by putting the judgment, like hold up your scorecards every time you do something. Yeah, I don't mean, I don't mind people taking a little shot for memorabilia, but you find people that are filming the whole show. It's like, come on, on a little camera, the whole microphone. Go do the show. A lot of people do it professionally. They wear sunglasses that have microphones in it. Really? Oh, it was funny because we were editing the Toto DVD and we were going, how did this shit get out? And all of a sudden, there's a, our director goes, he sends us a freeze frame of a guy with a construction hat on and a camera taped to the head. Big professional camera like that one. Don't his head with the red light on. He's sitting there like digging the show like this with these two microphones out like this. it was like fucking hysterical. I was going, wow. He goes, there's your guy. And he bought tickets to the show. He likes the band, but I mean, come on, man. Let us get it, mix it. I think the people will eventually get tired of it and go back to the concert and buy the DVD. I think that's what's going on. I think people are going like, they're realizing that everybody in the world has 3,000 versions of your opening tune. Who's really going to sit through that? I did the shit. I don't even watch it. I'm just like, it's the same thing with reviews. I won't go anywhere where it says, you know, oh, they can beat me up and shit like that. I just, because I get infected by it. And then you get self-conscious. I can't play like that. And then you're thinking instead of playing. It ruins the whole psyche of letting yourself go the spirituality of improvisation or playing a gig. Where you're just getting in with the people that are there. You're here. Do you want to be Steven Spielberg or do you want to be you know, what is this? You know? Yeah, that was Mr. Steve Lukather by JazzFalk TV on the sofa with Georg. Yeah, and in Köln at a super concert where a few more people were in. going to be and I hope that you have a bit of an time here to concerts to go. Yeah, I mean, there was not. No, good. Two, three had to be in. We're going to be We're going to be next week as next highlight by the Guitar Weeks by Dean Brown. Dean Brown. Here in Köln and again in our Funhouse is very excited. We're going to be excited for what's going to happen. We're going to be a band. We're going to be together with our cameras. And then we're going to be Poochie Bell and his fantastic band. Oh, no guitar. Oh, guitar. But with two super blazer and one of me also a very imponiering keyboard and Bobby Sparks. and there I'm going to be a great episode. You can also subscribe to the newsletter and subscribe to the new episodes. We'll send a few tips for DVDs and then would say guitar weeks go weiter and we'll see you next time. We'll see you Untertitelung des ZDF, 2020